Alter, ohne Spaß, ich hab überhaupt absolut so dermaßen gar keine Peilung, wo wir zuletzt waren. Null. Absolut null. Absolut, absolut null. Was ist da im Inventar? Small Key Toolbox. Ah ja, die kriegen wir nicht auf. Wir brauchen immer noch einen Schraubenzieher. Threshold File. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Wie konnte ich jemand, wie konnte man sich... Oh Gott. Freunde. Ich hab keine Ahnung, was wir machen müssen. Ist der Viewer Count gerade richtig... Ja, okay, jetzt ja. Gerade eben wurden mir 19 angezeigt und ich dachte mir so, oh shit, warum sieht denn das so beschissen aus auf Twitch? Oh je. Das mit den Streifen soll so aber nicht sein, bei der Zwischensequenz. Wartet mal. Da muss ich nochmal raustabben, da muss ich nochmal gucken. Wie stelle ich denn das jetzt ein? Wie kriegen wir denn das besser hin? Ah, schauen wir mal. Vielleicht hat das geholfen. Ich aktiviere nochmal ganz kurz die Zwischensequenz. Gucken, wie es auf Twitch aussieht. Hoffentlich besser. Nein. Scheiße, warum nicht? Ach, DOS-Box-Spiele. Ist doch immer wieder herrlich. Was könnte er jetzt für ein Problem damit haben? Das schreibt mir der gute Olli gerade. Man kann keine Donation machen. Oh gut. Dann ist unser Donation-Tool wohl gerade down. Schade, aber dann probieren wir es halt später nochmal. Mich interessiert viel mehr. Ist halt ein Stilmittel, sagt InstaArt. Ja, nicht so wirklich leider. Deswegen nervt es mich also. Das kriegt man wahrscheinlich weg. Aber tatsächlich weiß ich gerade nicht wie. Na gut, okay. Abgesehen davon kann sich noch irgendeiner von euch daran erinnern. Oh, da ist wer. Äh. Hi. Hi, Therese. Hi. Ach, stimmt. Die alte. Ja. Ja, ich habe auch. Du denkst an mich, wenn du diese Brüse fühlst. Gut, okay, also die kann sich auch nur daran erinnern, dass wir in diesem, dass wir in diesem komischen, in Anführungsstrichen, Strip-Schuppen oder was auch immer waren. Was haben wir denn hier? Delays? Oh, Junge, oh, Junge. Ich bin ja so aufgeregt. Warum, warum, Oli? Warum machst du eine Donation? Muss ich dir ja morgen 5 Euro wiedergeben? Toolbox. Mach die Toolbox auf. Okay, also hier drin können wir auch nichts anklicken. Doch, warte, nee. Nee, nur die alte. Äh. Nein. 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 Was war das? Knopf. Gott, Alter. Ich habe keine Ahnung, wo wir zum Schluss waren. Also doch, wir waren halt als letztes in dieser... Äh. Einmal Sicherheitskarte, damit kamen wir doch theoretisch. Wir waren als letztes eben in dieser komischen, in diesem super weirden SM-Schuppen. Ah, guck mal. Ein Karton. Und da geht sie wieder los. Die Weirdness. Okay. Okay. Geh doch halt nicht weg. Geh halt zu diesem Karton hin, du feige Sau. Okay, können wir nicht. Gut, wir haben einen Karton bluten sehen. Passiert nicht alle Tage. Trotzdem hat er sich meiner Meinung nach ein bisschen mädchenhaft. So, da hinten. Oh. Warte mal. Das war doch... Das war doch... Das war doch aber die Tante... Das ist doch unsere... Das ist doch unsere Ische, oder? Warte mal. Oh, oh. Sie weiß es. Sie weiß, dass wir mit der anderen Tante in dem SM-Schuppen waren. Oh, oh. Ich glaube, wir waren alle. Es ist okay. Oh. Es ist okay. Jo, du hast Stress. Einfach weiter ansprechen. Ich habe es versucht, dich zu spüren. Ich habe es versucht, dich zu spüren. Ich habe es versucht, dich zu spüren. Hey Mann, das ist eine total gesunde Beziehung. Du rennst mit so einer anderen Tante in den SM-Schuppen? Lässt dich piercen? Machst völlig zugedröhnt auf und erzählst deiner eigenen? Nix, nix, nix können wir benutzen. Wo sollen wir denn hin? Nein, warte mal, da ging es doch noch raus zu seinem anderen Homie nach da hinten. Wie kommen wir denn da hin? So? Ah ja. Ich will der Top-Don sein, hoffentlich gibt's wieder Brüste zu sehen und Flo freu dich ab jetzt wie ich. Er dir das Spiel richtig weird. Gutes Timing. Haha, perfectly timed. Die Frage ist dennoch... Wo müssen wir hin? Ist das unser Büro? Ach Gott, wir können wieder... Ach Gott, ich hasse das hier. Blob! Ratterich. Exit. Was haben wir hier? Wieder die Durchwahlen? Ja, weiß ich auch noch. Computer, ich habe so gar keinen Bock da jetzt großartig was zu lesen. Nee. Patient Instruction. Ja, ich weiß, eigentlich müsste man sich das jetzt nochmal reinziehen, weil das halt immer weirdere Nachrichten werden. Achso. Trevor Barnes, me 61 00. Wir rufen mal uns an. Will mich nochmal anrufen. Geht nicht. Sad. Wen können wir noch anrufen? Bob. Rufen wir mal Bob an. Ding, ding. Vielen lieben Dank, Kidder. Ach, scheiße. Jetzt habe ich mir Bobs Nummer gar nicht gemerkt. Das wäre clever gewesen. Bob. 61 14. Call Bob. You murdered me. Ha, ha. Ach, nee. Gleich nochmal Okay geht auch nicht mehr Nein Rufen wir doch mal Bei Threes an Die 3038 Hi Threes Hi Thanks Okay Vielen lieben Dank Socke Okay komm wir gehen jetzt einfach einmal durch Jetzt rufen wir Trevor an 61 25 Dann haben wir alle einmal angerufen Trevor Barnes Hey bud What's up Weasel Floyd Oh nothing much I'm just sitting here Two feet away from the murder site Trying to be that productive little worker Harsh Hang in there man I'm doing my best Cool Dann Jocelyn 69 6992 This is Jocelyn Hi Baby How are you today I'm I'm okay Curtis I'm still upset about Bob You know I know it Jocelyn Me too Wish I can make it better Thanks Baby Thanks Baby Ah Setz dich hin Guck auf den Zettel So haben wir angerufen Haben wir angerufen Haben wir angerufen Haben wir angerufen Wen haben wir nicht angerufen Paul haben wir nicht angerufen Haben wir Tom angerufen 61 20 Haben wir Tom angerufen Ich rufe einfach nochmal Tom an 61 20 Und danach 69 96 Nee 61 20 Hatten wir aber oder? Ja Ja Sonst ist hier nix drin Okay Aber hier ist das Büro von unserem Homie Dem können wir auch sprechen Können wir dem irgendwas zeigen Ja erstmal quatschen Hey Bud How is your second date with a mysterious J A dud Big time I mean once I got past the sexy eyes The gorgeous cheekbones I saw the squid beneath the skin Oh what a drag Yeah you told me He spent half the evening Picking apart Bela Lugosi's acting And the other half Staring at his own bad self In the bathroom mirror He doesn't like Bella I will piss on him then Weil ich es gerade im Chat lese Super Otzel Ich mach mich nicht strafbar Denn das hier ist Phantasmagoria 2 Und zwar die in Anführungsstrichen Deutsche Also die übersetzte deutsche Version Und diese ist Nicht mehr indiziert Get your facts straight You know I didn't feel a damn thing about Bob yesterday But today I can't get the poor drink out of my head I keep seeing them splattered all over the walls No wonder, Bud Danke für all die super streams That was really nasty So, um You, um Talked to anybody about it? Yeah, I went to this shrink yesterday Dr. Harburg I'm gonna see her again today Cool Der vermutet doch was Lasst mich mal kurz gucken Das nervt mich gerade extrem Dass die Qualität so scheiße ist Ich will nochmal ganz schnell schauen Ob ich das besser hinkriege So, das weg So Nee Das macht keinen Sinn Das macht man nicht Mach man nicht So Vielen lieben Dank Nein, auch nicht Das macht auch keinen Sinn Können wir nicht theoretisch Statt einer Spielaufnahme Ist doch Blödsinn Müssen wir doch gar nicht Oder Sekunde So Und zwar das hier Das müsste doch gehen, oder? Sekunde Ah, scheiße Es ist nicht da Warum nicht? Hm Bin dabei Ich bewege auch die Spielfigur nicht Irgendwas Ich gucke nur Dass ich die Filmqualität Hier irgendwie besser hinkriege So Was haben wir noch so Kann ich nicht Die zuschneiden? Nee Kann ich offensichtlich nicht Nein Das ist alles falsch Ja, das war ein X-Split Irgendwie Simpler Da konnte ich die Sachen Mir jetzt einfach zuschneiden Wie ich will Aber offensichtlich Nee Da kann ich mir noch so Mühe geben Aber das mit den Mit den Videoeinstellungen Wird bei so einem alten Spiel Was in der DOS-Box Simuliert wird Tatsächlich nicht Nicht mal eben besser So, jetzt gucken wir mal noch Ob wir ihnen hier anquatschen können Mit Gegenständen Die wir haben Ist auch seltsam Dass nur die Nur die Zwischensequenzen So weird aussehen Sag mal Wir waren doch gestern In so einem SM-Club Da muss er sich doch auskennen Bei den ganzen Wir haben den Schraubenzieher Wartet mal Woher haben wir den Schraubenzieher? Brauchen wir den nicht Um die Toolbox aufzumachen? Können wir das nur zu Hause? Sekunde Sekunde mal Sekunde mal Geh mal erstmal hier raus Aus dem Raum Toolbox angucken Schraubenzieher Fuck Nutzt die Wie machen wir die auf? Was war überhaupt mit der das Problem? Was genau ging denn nicht? Oder geht das nur zu Hause? Das geht wahrscheinlich nur bei den Protagonisten zu Hause Dass man sich das dann wieder ganz genau anschaut So Das war das Büro von den Toten Hier ist auch nichts mehr zu holen Entschuldigung Entschuldigung Wenn nicht gehen wir gleich erst noch mal nach Hause Zum Protagonisten Oder hier hoch Wir hatten doch diese Sicherheitskarte auch gekriegt, oder? Oh Gott Alter Ich weiß halt wirklich nicht mehr wohin Hier ist dieser eine Sicherheitsbereich Da hinten Oh Zugemacht Aha Schau mal Ist hier Es wurde Plastert Over Sie versuchen etwas zu holen Offensichtlich Offensichtlich Ja, ja Ähm Ich würde ja sagen Schmeiß einen Hund drauf Aber Das ist glaube ich nicht mehr so gewollt Was ist das hier eigentlich? Achso Aber die haben wir doch auch Ne, warte mal Diese Sicherheitskarte? Wo sind die? Ist das die hier? Ne. Weg, weg, weg! Ne. Vielleicht sollten wir nach diesem Abend von gestern aber auch nochmal mit der Psychiaterin reden. Wo ist denn jetzt diese blöde Sicherheitskarte? Können wir die nicht raus... Wieso können wir die nicht da rausnehmen? Hä? Dumm? Wir haben den Hammer! Wir haben den Hammer! Wofür auch immer! Aber wir haben den Hammer! Ich weiß gar nicht, warum ich mich so freue. Ich weiß gar nicht, warum wir den Hammer machen sollen. Scheiße! Können wir nicht irgendwen umbringen? Oder meint das... Ne, auch nicht. Das müssen wir alles mal checken. Ey, wir haben so viel Scheiße im Inventar und keiner weiß wofür. Da geht's raus. So, die Tür, die Tür. Was war die da? Achso, die war zu. Das war das Büro vom Chef. Hat das Spiel keine Untertitel? Oder was? Müsst du doch Untertitel haben. Nein. Erstmal speichern. Save. Hat er das noch nie Untertitel? Weg. Mir war tatsächlich so, als hätten wir es beim letzten Mal mit Untertiteln gespielt, aber offensichtlich nicht. Kann man nicht einstellen. I'm sorry, friends. Ist die jetzt auf? Hier können wir gar nichts mehr machen. Schade. Hier können wir gar nichts mehr machen. Können wir was mit der... Was ist das? Nein. Sag mal. Kann man die nicht da rausnehmen? Wir hatten die doch da schon mal raus. Äh. Geht auch nicht. Nee, geht nicht. Okay. Ergo. Wir gehen erstmal raus. Checken mal die Map. Dreaming Tree. Was ist Dreaming Tree? Was war denn das? Ach, das war das Restaurant oder Café oder was auch immer. Alright. Das ist die Firma. Borderline. Home. Dock. Gehen wir nochmal. Ah, scheiße. Not time for an appointment. Was ist das? Still have things to do. Jetzt mal ins Wohnzimmer. Was macht er denn? What the fuck? So, okay. Hier. Jetzt gucken wir doch nochmal was Ding auf. Hä? Moment mal. War das... Warte mal. Was? Was? War das Problem mit dem Ding nicht, dass die zu war? Hatten wir die beim letzten Mal schon aufgemacht? Das ist mich endgültig verwirrt. Und vor allem... Scheiße, ich hatte mich jetzt an der voll aufgehangen. Jetzt weiß ich nicht, was wir machen sollen. Bücher! Ja. Murder without the mass. Enter the revolting psyche of Curtis Craig. Hey! What? Warum ist das denn alles so unglaublich random? Hier, hau dich mit dem Hammer tot. Mach dem Ganzen doch einfach ein Ende. Also ich selber mit dem Hammer bewusstlos kloppen. Hier. Schöne... Pfft. Schön hier. Eigentlich von unten. Schön hoch. Schön lobotomieren. Einfach lobotomieren! Dann wäre das alles vorbei, Bro. Sprich doch mal mit deiner Rattenfreundin. Macht er auch nicht mehr. Ab ins Schlafzimmer. Oh ja. Ein Spiegelcheck. Oh, das ist bestimmt wieder gut. Spiegelcheck. Musik vielversprechend. Blut vielversprechend. Er ist Le Chiffre. Fantastisch. Absolut geil. Jetzt steht er wieder so tief und entspannt da rum. So, Nachttisch checken. Vielleicht ist da noch was. Nein, nein, nein. Ja. Äh. Herzding. Schraube. Äh. Schraube mit Schraubenzieher. Oh Gott. Olli, ich weiß nicht, was ich machen soll. Olli, ich hab 38 Fieber. Hilfe mir. Mein Kopf ist zu matschig, um sich noch zu konzentrieren. Ich weiß nicht, wohin. Warte mal, was ist das? Ach nee. Ah, fuck. Schlafzimmer. Nein, nein. Bücherregal. Nein. Oh. Hammer und Schraubenzieher kombinieren. Olli, du bist doch des Wahnsinns. Why? Why and how? Hä? Hä? Okay, Hammer und Schraubenzieher kombinieren. So, haben wir. Und jetzt? Toolbox. Nein? Äh, wartet mal. Ich guck mal eben, ob ich... Geh mal raus, Bro. Oh, ja, ganz raus. Äh, Wintag. Äh, Wintag. Eu рыb. Ich Grube. Ich ba mich mal eben, ob يا her. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja.